Das ist der Recyclinghof in Almere. Hier stehen alle Container auf dem sogenannten Container Shield, der flexiblen Schutzplatte für Recyclinghof und Abfallverwertung. Der Container Shield ist eine leichte Kunststoffplatte, die Straßenbeläge und wertvolle Flüssigkeitsdichte oder flüssigkeitsabweisende Böden vor Beschädigungen schützt. Hergestellt wurde der Container Shield aus nachhaltig recyceltem Material. Die Platte wurde von dem Beratungs- und Ingenieurbüro Oranjevoud in Zusammenarbeit mit der Firma Nolim entwickelt. Der Einsatz des Container Shield hat große Vorteile. Diese Platte kann auf jede gewünschte Stelle gelegt werden, der darunterliegende Boden ist weiterhin leicht zu reinigen, Beschädigungen des Bodens werden vermieden, der Shield hat eine längere Lebensdauer als Stahlplatten und ist schalldämpfend. Und das alles führt zu einer enormen Kosteneinsparung. Der Container Shield ersetzt die Stahlplatten, die zurzeit noch verwendet werden, wie beispielsweise im Recyclinghof in Amsterdam. Almere ist die erste niederländische Gemeinde, in der die Container Shields eingesetzt werden. Alle Recyclinghöfen der Gemeinde Almere verwenden sie momentan. Wir haben eine Asphaltflöhr, die wir in den vergangenen Jahren beschädigt haben mit Stahlplatten, wo wir in den Containern drogen gingen. Nach dem Zeitpunkt die das losging und es war nicht mehr gut zu reparieren. Und wir sind zwei Jahre gelesen auf diese Container Shields gestartet. Das Vorteil ist, dass wir die Flöhr wieder wegnehmen können. Wenn wir die Flöhr wieder kontrollieren wollen, dann können wir es weghauen. Es ist auch eine Beschermung von der Flöhr. Es ist Lichtmaterial und es ist auch noch geluiddämpend. Oranje Wout ist jahrelang als Berater und Unternehmer bei der Einrichtung, Wartung und Verwaltung der Recyclingstellen sowie der Inspektion von flüssigkeitsdichten Böden involviert. Die gesetzlichen Anforderungen sind streng. Oranje Wout hält sich bezig mit Bodenbeschermung und da wollen wir den Klanten komplett entsorgen. Die Gesamtlösung Bodenschutz Oranje Wout, Bodenschutz Oranje Wout entlastet. Maßarbeit, Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei an erster Stelle. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder den Container Shield ausprobieren möchten, können Sie sich gerne an Oranje Wout wenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017